Die Geschichte muss ich euch erzählen. Eben an der Tanzstelle bei Aral natürlich in Feing sprach mich eine schöne Frau in einem Capriolet an und sagte, Sie, junger Mann, an Ihrem Wagen ist die Beifahrerseite offen. Da habe ich mich artig bedankt, habe gesagt, oh, ja, vielen Dank. Und bei Ihnen fällt das Dach. Ich nehme mal an, das war einfach wieder so eine ganz normale, plumpe Anmache einer Frau. Die Frage ist doch die, hätte die mich auch darauf aufmerksam gemacht, wenn die wüsste, dass sie mir inzwischen alle Kreditkarten gezwickt haben? Ich glaube schon, ja. Schaut mich an. Schöner geht es ja gar nicht mehr. Da muss ich nichts mehr zu sagen. Das wollte ich euch nur mal erzählen. An meinem Leben teilnehmen lassen, ja. Ihr Facebook-Hackfressen. Ist das schön. Mein Gott, ist das schön.